so jetzt straight up aus der runde geht es weiter aus derselben runde noch auf level 40 jetzt hoch das wird gar nicht mehr angezeigt dass man die leute so gar nicht angezeigt das ist ja ekelhaft eigentlich wir werfen mal hier noch mal eine granate rein er zift jetzt schon wieder out of ja und jetzt schon level 27 und ich habe mit level 25 angefangen das ist crazy das leben immer noch 42 zombies egal mit messer ist so dumm rein zu gehen 3155 Punkt als er das ist ehrlich er soll die Idee oder nach und die ich steile mehr bestehende und vorunten so an diesen Barrikaden und Werte da rein aber es ist ein das ist die Gefängnis ist auch ganz gut nicht meine Lieblingsberater aber das ist auch so ein Problem kann man machen muss man nicht drücken wir da in die Ecke ah ok ich bin jetzt schon Hälfte 27 also Hälfte Level 27 1,5 Level ne fast 2,5 Level ich bin fast in der Hälfte und Level 8 ach weil da schon auf ist da mal den da mal den da mal den da mal den okay nicht du 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 dieses spiel Na gut, Barrikadenaufbau Ist jetzt... ...wichtig Wichtig, x2 Damage wichtig Also ganz ehrlich, ich kann euch sagen, x2 Damage hilft am meisten bei diesen Zombies mit dem Hellen Damit könnt ihr die halt übelst gut wegschuten Ich bin dumme Kein Ding für den King Au Oh Ach, das ist gut Ich glaube auch, Instant Kill ist am geilsten bei einer Sniper Und ich weiß, dass... Ich glaube, in Tier 2 Eine Sniper dran ist Aber... Die Titel Die für die Sniper schon geplant sind Haben ihren Grund Weil ich... Weil die Sniper hasse ich wirklich Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich will alle Waffen durchmachen Der gehört mir, der gehört mir Der gehört mir Da ist doch, der gehört mir Da kommt noch Da 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 Gehen eigentlich dann einst fix sehr schön hier aus dem Prinzip offen genau aus diesem Grund weil ich die dann nämlich schön von hier ganz einfach wegorten kann ja außer die kommen von der Seite wo ich sie nicht sehe dann natürlich schwierig aber ein Ding für den Lord genau ja ja schön ich weiß gar nicht wie das ist beim handy wenn man das auf dem handy spielt und dann so ein ich sag jetzt mal autoshoot hat dass der automatisch schießt oder ob man trotzdem selber drücken muss weil ich spiel kein roblox auf dem handy wenn du so die case opening simulator mal ganz kurz wenn ich irgendwie vergessen habe um pc reinzuschauen weiter der bruch ganz vorhin ich glaube man merkt auch ich red irgendwie wenig wenn ich das spiel spiele also im vergleich zu anderen folgen sag ich mal ich hab irgendwie grad nicht so weiss was ich sagen soll außer dass ich hier grad ordentlich am backbott bin die leute hier ich bin auch mal gespannt ob es bald wieder anstieg von dem game gibt der wird ja auch noch geabdatet und alles aber spannend was da noch kommt neue waffen wären auch cool aber bitte erst wenn ich die ganzen waffen durch habe kein bock das mittendrin wird mal wieder neue waffen kommen und dann nicht doch ich bin als das ist alles Angst ich bin Also ich hätt auch nix gegen so n... weiß ich nicht, mal 2 oder so, ne? Also n... mal 2 Damage... Hätt ich auch nix gegen. Oh, ich bin immer dumme. 11.33 schon. Das ist natürlich stark. Die ammo boxe hin. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 1... Yo! Geht Niel! Von einmal nicht hin und hier ist ne halbe Party. Ich hab ihn nicht gesehen. Ach, so einer ist das. Warum hab ich mich nicht in die Lake Station? Sehr schön. Ich geh mal ein bisschen nach oben, weil hier kommen auch noch welche. Ja! Ich hab ihn nicht vorne... Ich hab ihn nicht gemerkt, aber... stark bei der money mehr er hat mir trotzdem noch schaden gemacht dass gott wusst die 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 Ah, da kann ich nicht mehr sehen. Ah, da bin ich. 4 aber auch mit 40 es ist so schön 25 15 level normalerweise wäre es ja von level 0 auf 15 15 30 30 45 und dann die letzten 10 hier ist es allerdings andersherum hier bis level 50 bis level 40 dann die letzten 15 level auf level 55 ich kann eigentlich mal ganz kurz während der noch pause ist wir nennen nämlich auch die videos bevor überhaupt bevor ich die überhaupt fertig mache schon um sich schon weiß welches video welches was welches video ist wir lassen mich jetzt nicht zurück nein oh Schade, hat er sein können. Leider sein können, dass ich ihn noch treffe. Aber leider nicht. Ich merke auch einfach, wie schön es ist, dass ich einfach die Hälfte gefühlt nicht treffe. Ich schieße auch irgendwie jedes Mal zu früh. Ich schieße mich. Ich schieße mich rein. Ich schieße mich rein. Ich schieße mich. Ich schieße mich. Ich schieße mich rein. Reiner. Warte. Ich schieße mich schon mal die Box wieder hin. ... ... ... ... Oh, 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 oh. Ich finde es schön, dass ich meinen Revue noch nicht benutzen musste. Wurde noch nicht gebraucht von gemacht. Oh mein Gott, was hat das jetzt? Jaa 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 Hört doch auf mit euren Drecksbarrikaden, die bringen doch eh am Ende nix. Die Barrikaden aufgebaut sind so unnötig. 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 Wacht. Ich habe die Einverdweist in den Heimlich. Das nenne ich mal ein schöner... Schöner Rick. Er bleibt da verstehen. Er hat gar kein Bock mehr gesehen. Barrikade geht zu. Okay. Aber mein Scheiß drauf. Ich reine Law-Bus. Die Barrikaden aufgebaut sind so ein guter Weck. Das warRIA groß. Die Barrikaden aufgebaut. Deshalb gibt es kaum noch die Charme. Die Barrikaden aufgebaut sind so das. Bis NYos geht. Sie haben die Barrikaden aufgebaut. auch bei Bonuswaffen hol ich mir glaube ich nicht während ich dieses Mathe macht Bonuswaffen können vielleicht mal so nicht sein Bonuswaffen von diesem Automaten da hole ich nur wenn ich würde ich selber für mich spiele halbes Level brauche ich noch halbes Level noch dann haben wir es geschafft dann sind wir Level 40 mit dem PDB warum komm ich da nicht weg ey bitte kommt nicht hierher und baut diese Dinge auf bitte nicht ach ach ja ach ich ja dann sind und warum ich mich da hinstellen ja 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 jetzt jetzt hat das jetzt habe ich ihn endlich ja 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 ich habe ich ja fast schon gar keine andere Wahl als mich einzeln müssen ne ja 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 ich ja ja Ihr habt ja eh gemerkt, wie schnell ich die Waffe hochgelevelt hab. Das ist Junos. Party ohne mich. Das ist Junos. es ist manchmal so auf Dauer wird das Spiel echt stressig aber ich verliere halt nicht die Lust an dem game das ist auch für Dauer wird das Spiel zu spielen Nein, 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 nein. Der Boss kommt jetzt wieder. Wir nehmen wieder den Boss ab. Ja, das ist jetzt wieder so eine Horden-Map. Deswegen würde ich nach unten gehen. Oh, jetzt soll ich vielleicht erst mal das Ding hier einsammeln. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. ja weißt du das, da kann man schon mal ein Kanätchen reinwerfen ich verwende halt auch gerne noch die Granaten, weil ich, sag mal so, dadurch kriege ich auch XP, da die Granaten keine XP benutzen na gut, jetzt muss ich nicht reviven, aber, dank der Surf-Revolves ist das easy heißt aber auch, dass ich mir einen neu holen muss, war ich aber ehrlich gesagt gar nicht Leute, Level 45, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der Falle der nächsten Folge wieder, wenn es um die letzten drei Level geht, äh, um die letzten zehn Spufen der Waffe, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, bis sieben